Herzlich Willkommen bei der Brätenmoser Fleischspezialitäten Zappenzell. Wir sind ein Fleischverarbeitungsbetrieb mit vier Verkaufsgeschäften. Kurz gesagt, arbeitet BÖS rund 60 Mitarbeiter. BÖS kannst du die Ausbildung als Fleischfachfrau oder Fleischfachmann absolvieren. Dann kannst du noch auswählen zwischen der Fachrichtung Verarbeitung oder Feinkost und Verredung. Die Aufgaben des Verarbeiters sind Fleisch, Salette und Dressieren. Wie auch die ganze Herstellung von Schinken oder einer Wurst. Zusammengefasst einfach alles zu produzieren. Wie eine Ausbildung bei der Fachrichtung Feinkost und Verredung aussieht, erzählt euch anschlossend die Lea Fuster. Sie ist bei uns im zweiten Lehrjahr. Die Ausbildung als Fleischfachfrau geht drei Jahre. Meine Wochenablauf sieht so aus, dass ich einen Tag in die Berufsschule von Rorschach gehe und dann die anderen dreieinhalb Tage im Geschäft bin. Hier lehne ich Platte legen, Ladeartikel erstellen, wie zum Beispiel Gordon Bleu, Hamburger und Adrio. Fleischlichten für den Verkauf. Zangebote in den Essay und in den Verkaufsticken präsentieren. Bestellungen machen. Und beraten und bedienen von der Kundschaft. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich den Kundenkontakt sehr schätze und gehe mit den Händen ab. Für die Firma Bratenmose habe ich mich entschieden, weil ich mich beim Beschnupperen sofort wohlgefühlt habe im Team und alles random mitgepasst hätte. Ich habe euch diesen Beruf gleich weiterentwickelt. Haben wir dich überzeugen für eine Ausbildung als Fleischfachfrau oder Fleischfachmann, dann lüte doch gerade an Bratenmose auf.